Herzlich Willkommen Kryptofreunde, Investor und Newcomer. Was ist wieder los? Altcoin Market Cap geht wieder nach oben. Wir sind über der 2,2 Billionen schon wieder. Bitcoin Dominanz hat allerdings ein bisschen zugelegt. Woran das liegt? Dass die Altcoins ein bisschen nachgelassen haben. XRP war ja schon bei fast 2 Dollar. Cardano war bei 1,56 Dollar. Und wie ihr sehen könnt, haben alle so ein kleines bisschen nachgelassen von gestern aus. Das resultiert natürlich darin, dass Bitcoin dementsprechend wieder Dominanz gewinnt. Weil Bitcoin jetzt nicht so stark runter korrigiert hat. Wir waren bei 64.000 und sind jetzt bei 1.300 und ungefähr runtergegangen. Was ganz normal ist bei Bitcoin. Das sind so Mini-Bewegungen, die er da macht. Wir betrachten mal wieder die Coins, die wir gestern uns angeguckt haben. Bitcoin, Ethereum, XRP, Cardano, VeChain, Tron und Stellar. Und gucken mal, was mit dem Preis passiert ist. Allerdings möchte ich auf eine kleine Sache eingehen hier. Das ist der Bitcoin Dominanz Chart. Und wie ihr sehen könnt, war das hier März, Februar 2017. Das war, Januar hat ungefähr der Bullrun angefangen ab bei Bitcoin. Und ihr könnt sehen, das war die erste Bewegung, dass die Dominanz richtig runterging. Und zu welchem Zeitpunkt war das? Ich blende mal wie gestern die Coins wieder ein. IOTA, Ethereum, XRP und Litecoin. Und wie wir sehen können, war das dieser Moment hier. März hatte das angefangen hier. Da ging die Dominanz runter. Und schaut mal, was mit den Altcoins passiert ist. Ethereum hoch. Litecoin hat angefangen, sich nach oben zu bewegen, als es hier runterging. XRP, IOTA sind auch langsam nach oben geschossen. Und was ist dann passiert? Dann hatten wir hier die Spitze des Bullruns 2017, Dezember. Und wo Bitcoin die Korrektur dann hier gemacht hat. Schaut mal. Litecoin ist ein bisschen unter seinem All-Time-High gewesen. Ethereum an seinem All-Time-High angekommen. XRP, kleines bisschen unter seinem All-Time-High. IOTA an seinem All-Time-High angekommen. Das heißt, da, wo Bitcoin seine Dominanz nachgelassen hat, haben die Altcoins meistens ihre Spitzen erreicht. Das heißt, das ist immer ein gutes Zeichen für uns. Und was das eventuell aussagen kann, ist, dass Geld aus Bitcoin in die Altcoins strömt. Warum? Weil Bitcoin als erster meistens ansteigt, als erster seinen Höhepunkt erreicht und die Altcoins sind dann noch tief mit den Preisen. Wenn man dann seine Bitcoins in die Altcoins reinmacht, dann steigert man sein Portfolio damit, weil man einen extrem starken Anschub der Altcoins verursacht. Und wenn wir uns das mal beobachten, was jetzt gerade passiert, die Bitcoin-Dominanz lässt nach und die Altcoins steigen alle. Guckt euch das an. Je mehr Bitcoin nachlässt, desto mehr steigen die Altcoins. Und das ist immer so ein Zeichen dafür, dass der Markt Bitcoin halt noch folgt und dass diese Anstiege bei den Altcoins oft darauf zurückzuführen ist, dass riesen, riesen Investoren aus dem Bitcoin-Bereich ihre teuren Bitcoins in günstige Altcoins umwandeln und ihr Portfolio damit steigern. Wenn wir uns das mal angucken und die Altcoins hier rausnehmen, dann wird das wieder deutlicher, was hier passiert. So, das ist nämlich das, was sich gerade verzeichnet. Die Bitcoin-Dominanz lässt stark nach. Das war hier die Spitze des 2017er Bullruns. Und dann sind wir hier durchgerasselt und haben den Bärenmarkt aktiviert. Und schaut euch das mal an. Wir waren ungefähr hier auf dem gleichen Dominanzniveau. Ungefähr hier und wo wir jetzt waren. Und der Abstieg hat begonnen. Das war ein Zeitraum hier ungefähr von fünf Monaten. Ich glaube, hier sollten wir schon bei ungefähr der Hälfte sein. Grob geschätzt jetzt. Das heißt, drei, vier Monate haben wir ungefähr noch vor uns, wenn man hier nachgehen könnte. Was allerdings jetzt nicht wissenschaftlich oder präzise ist. Ist einfach eine ganz, 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 ganz grobe und unwissenschaftliche Schätzung hier. Darum nagelt mich jetzt nicht darauf fest. Okay, gucken wir uns an, was Bitcoin gemacht hat. B-T-C. So, Bitcoin ist einmal hochgeschossen. Und hier hatten wir ja unsere Inverse Head & Shoulders Formation. Und von dem tiefsten Punkt bis zum höchsten Punkt haben wir hier oben drauf gesetzt. Das wäre dann die gestrichelte Linie. Wir wären da bei der gestrichelten Linie bei ungefähr 71.000. Viele, viele haben erwartet, dass wir auf 71.000 hochgehen beim nächsten Run. Bitcoin ist aber hier an unserem Preistarget reingekommen von 64.000. Hat jetzt ein kleines bisschen runter korrigiert. Kann sein, dass wir da wieder einen Schub nach oben bekommen werden. Wie wir sehen können, hat sich hier so ein Pattern abgezeichnet. Wir haben immer höhere Hochs erlebt und immer höhere Tiefs. Und das sieht aus, als ob Bitcoin hier einfach wie so eine Treppe Schritt für Schritt nach oben steigt. Warum wir jetzt nicht so einen 500% Anstieg sehen, wie bei den einigen Altcoins. Die Marktkapitalisierung von Bitcoin ist einfach hoch. Wir haben, ich glaube, wir sind bei 2,2 Milliarden von Market Cap von Bitcoin. Und um eine 500%ige Preisschub nach oben zu produzieren, weiß ich jetzt nicht, wie viele Milliarden oder eventuell Billionen da reingesteckt werden müssen. Darum macht Bitcoin halt kleinere Bewegungen. Wenn man das verhältnismäßig aber sehen würde, wie viel Kapital da reinfließt, da lässt es die Altcoins komplett alt aussehen. Okay, das heißt, wir müssen hier einfach beobachten, in welche Richtung das geht. Wenn wir uns das MACD angucken, sehen wir, dass die blaue Linie, die rote nach oben kreuzt. Die Bewegung hier ist positiv, dass es leicht nach oben geht. Wir sind auch nicht in einem überkauften Markt mit Bitcoin, was auch noch Potenzial nach oben verweist. Der Abtrend hier scheint sich wieder in die Waagerechte zu bewegen. Und eventuell geht das noch ein bisschen hoch und wir sehen einen kleinen Schub in unseren Preistarget hier rein. Sehr schwer einmal zu sagen bei einem Bullrun, aber wir müssen das mal ein bisschen beobachten und schauen, was der Markt macht. Ethereum, was hat Ethereum hier gemacht seit gestern? Gucken wir uns das mal an. Wir haben hier unseren Inverse Head & Shoulders Pattern hier abgezeichnet, haben geguckt, wohin der Preis eventuell gehen kann. Da sind wir auf einem Preis gelandet von ungefähr 2.500 Dollar. Wir sind auf einem guten Weg dorthin. Wir haben hier ein Fibonacci Retracement auf jeden Fall schon mal gebrochen. Wenn wir uns kurzfristig nochmal anschauen, was die Fibonaccis uns hier sagen, dann sehen wir hier, dass wir beim kurzfristigen Verlauf exakt bei der Fibonacci Retracement von 1,618 sind. Wenn wir die durchbrechen, weil wir hovern hier gerade rum, wir tippen den gerade an. Wenn wir den durchbrechen, dann können wir die 2.500er Marke auf jeden Fall erreichen. Allerdings wie wir hier sehen können, wäre der nächste Schritt bei der kurzfristigen, bei der Mikrobetrachtung vom Fibonacci Retracement bei 3.100. Bei der Makrosicht wäre hier das nächste Retracement, da wären wir bei 3.600. Ob wir da jetzt kurzfristig so schnell hinhüpfen werden, kann man nicht sagen. Aber diese 2.500, die können wir auf jeden Fall schaffen. Wir sind kurz davor gewesen, wenn ich mir das angucke. Heute war der Hoch bei 2.482. Wir sind also knapp an dieser psychologischen Grenze von 2.500 dran gewesen. Bleibt abzuwarten, was hier passiert. Wir sind schon in einem überkauften Markt hier drin, was oft darauf hinweist, dass wir eine kleine Korrektur kriegen könnten. Aber unser MACD stößt hier nochmal nach oben aus, was ein positives Zeichen dafür sein könnte, dass wir eventuell noch einen kleinen Anstieg nach oben haben, bevor die Korrektur eventuell kommen kann. Gucken wir mal, müssen wir abwarten, müssen wir beobachten. In einem Bullrun, wie gesagt, ist das sehr, sehr schwer zu sagen, wo wir um die Reise geht. Was hat XRP gemacht? Dann gucken wir uns das mal an. So, bei XRP, was zeigt uns MACD und RSI? MACD geht hier ziemlich nach oben. Wir sind schon ziemlich, ziemlich weit oben angekommen und haben eine kleine Bewegung nach rechts, so eine horizontale Bewegung, was darauf hinweisen könnte, dass eventuell eine Korrektur kommt, wie wir hier auch sehen können. Wir sind an der psychologischen Preisgrenze von 2 Dollar, sind wir leicht abgesagt, haben die einmal angetestet, dort starke Resistance gefunden. Mal sehen, mal sehen, wo die Reise hingeht für XRP. Wenn wir uns noch einmal eine Kleinigkeit angucken, die eventuell darauf verweisen könnte, dass wir einen richtig dicken Schub nach oben kriegen, wenn wir uns das Bar-Pattern hier einmal rauskopieren, Anfang 2017 und den hier rübersetzen und schauen eventuell, wo die Reise hingehen könnte. Schaut mal, wir haben da auch beim 2017er-Bohren an dieser magischen Grenze von 2 Dollar eine riesen Korrektur nach unten gehabt, bis zu diesem Preisniveau hier von ungefähr 1,80 Dollar. Sind dann hier seitlich geflaggt, haben wieder die 1,80 Dollar angetestet und dann einen riesen Schub nach oben bekommen und sind durch die 2 Dollar durch. Kann sein, dass das XRP exakt so eine Bewegung noch macht, dass wir einmal durchrasseln und hier den Preis von 92 Cent eventuell antesten. Weiß man nicht. Müssen wir aufpassen, müssen wir vorsichtig sein. Wenn sowas passiert, kriegt keine Panik, Leute. Das verhält sich exakt, wie es sich in der Vergangenheit verhalten hätte. Auch wenn er komplett nach oben schießt, das wäre auch natürlich möglich, dass wir über diese 2 Dollar durchschießen und dann Mond sehen. Abwarten und schauen. So, was hat ADA hier gemacht? Gucken wir uns das mal an. Cardano bewegt sich immer noch in diesen Pattern. Wir haben hier einen Triangle gesehen gehabt und nach der Theorie diesen Anstieg haben wir hier oben hingepackt und da würden wir dann auf einem Preisniveau von 1,73 Dollar kommen. Verhält sich exakt gleich Cardano. Was habe ich hier nochmal erkannt gehabt? Jedes Mal, wenn wir hier so einen Triple Tap hatten, das heißt einmal ein Hoch erlebt, zweites Mal angetestet, drittes Mal angetestet und dann sind wir voll drüber geschossen und haben hier einen starken Anstieg nach oben gehabt. Hier zwar an der Stelle nicht so eindeutig wie hier, weil wir haben hier einen Hoch gehabt, sind dann weit über dem Hoch, nochmal runter, nochmal angetestet. Darum kann man nicht von hier so einen Triple Tap reden, aber es ist ein ähnlicher Verlauf. Und exakt nach diesem Muster hier und dort haben wir so einen richtig riesen Anstieg gehabt. Und sieht mal hier, einmal, zweimal, dreimal, wir haben hier auch einen Triple Tap gehabt und wir haben diesen Anstieg. Wenn wir jetzt so einen riesen Anstieg hier haben, das waren hier glaube ich 210%, hier 250%, ob wir jetzt so einen dicken Anstieg haben werden, bleibt fraglich. Das nächste Fibonacci Retracement, was wir hätten, wäre bei 2 Dollar, auch wieder so eine psychologische Marke. Unser Triangle Pattern hier verrät uns, dass wir eher bei 1,70 landen werden. Dann, was können wir hier machen, um eventuell zu gucken, geht das in diese Richtung. Wir können uns eine Mikroansicht der Fibonacci angucken und sehen, haben wir da irgendwelche Retracements. Und tatsächlich, die 1,618 liegt exakt an diesem Preisniveau, was Triangle Pattern hier uns auch verrät. Und das nächste Niveau, wie auch beim Makro, aus der Makrosicht, ein kleines bisschen drüber zu aus der Mikrosicht, ist auch bei dieser 2 Dollar. Das heißt, sollten wir hier drüber stoßen, dann können wir mit diesen 2 Dollar auf jeden Fall rechnen. Oder wir werden eine Korrektur bei 1,70 erleben. Bleibt abzuwarten, was hier passiert. Wie wir sehen können, das MACD und das RSI zeigen auch einen Trend nach oben. Wir sind hier ganz unten. Mag sein, dass wir noch einen schönen dicken Anstieg sehen, bevor wir eine kleine Korrektur haben. Gucken wir uns mal an, was VeChain gemacht hat. Bei VeChain haben wir, wie gesagt, so einen riesen, riesen Anstieg hier erlebt. Aber um exakt sehen zu können, was hier wirklich passiert ist, müssen wir einmal auf den 1-Stunden-Chart gehen, um noch detailliertere Ansichten hier zu haben. Gucken wir uns das mal an. Das kann auch ein W-Pattern sein oder ein Cup-and-Handle-Pattern, was sich hier geformt hat. Von dieser Spitze hier bis zum Bottom repräsentiert dieser schwarze Balken, den ich hier oben hingelegt habe. Und wo werden wir da eventuell hinkommen? Wir würden da bei einem Preis von 19 Cent kommen. Ich rede immer von 19 Dollar Cent. Gucken wir mal, was das RSI hier sagt. Wir gehen wirklich Richtung Kreuzung, dass die blaue Linie, die roten Linie kreuzt. Und da haben wir meistens, wie wir hier auch sehen können, an diesem Bereich eine Korrektur nach unten. Wir sind von einem leicht, leicht überkaufen Markt, wo wir reingekommen sind, ein bisschen runter korrigiert. Haben jetzt aber eine horizontalbewegung mit einem kleinen Trend nach oben. Mag es sein, dass wir nochmal hier einen kleinen Schub nach oben kriegen, diese 19 Cent antesten, bevor wir wieder runterrasseln und ein bisschen runter korrigieren. Müssen wir unsere Augen aufhalten und schauen, wenn wir die Fibonaccis in einer Mikrosicht drüber ziehen, dann hat hier auch eine starke Resistance stattgefunden bei dem Fibonacci-Bereich von 1,618 bei ungefähr, wie viel waren das? Bei ungefähr 18 Cent. Wir sind leicht drüber runter und testen diesen Fibonacci-Bereich nochmal an. Sollten wir hier nicht drüber kommen, dann ist das schwer zu sagen, dass wir bei 19 Cent eventuell landen. Aber sollten wir hier durchziehen, schaut euch das mal an, aus der Makro-Fibonacci- und aus der Mikro-Fibonacci-Sicht sind wir auch ganz nah an der 20 Cent. Das heißt, wenn wir hier durchschießen sollten, durch die 19 Cent, können wir auch eventuell 20 Cent erwarten, bevor wir wieder so eine Korrektur nach unten sehen. Super, super spannend. Bleibt wirklich abzuwarten, was der Markt macht. TRX, gucken wir mal, was Tron hier gemacht hat. Hier noch einmal, aus der Makro-Sicht. Wir haben hier eine Cup-and-Handle-Formation und vom Bottom to the Top hätten wir dann hier auch 19 Cent zu erwarten. Und das finde ich interessant, weil Tron und VeChain verlaufen ungefähr gleich. Die nehmen sich immer ein bisschen den Rang ab, aber die gehen immer auf dem gleichen Preisniveau. Ich weiß nicht, ob da irgendein Zusammenhang zwischen liegen könnte. Beide stammen aus China. Ich weiß nicht, ob man sich da irgendwie abgesprochen hat oder sowas. Das ist jetzt alles nur Conspiracy Theory, aber man weiß nie. Man muss immer alles in Betracht ziehen. Was ist hier passiert auf jeden Fall bei Tron? Wir haben hier auf jeden Fall gesehen, dass wir durch dieses Preisniveau hier von 15 Cent haben wir eine starke Resistance gehabt, sind einmal drüber, wieder drunter, haben es nochmal angetestet, wieder drunter gerasselt und testen exakt diese Preisgrenze wieder an. Wenn wir hier rüberstoßen können, können wir eventuell erwarten, dass wir auf 19 Cent hochschießen. Was können wir hier noch machen? Wenn wir uns angucken, was das MACD macht, das zeigt eindeutig einen Schwung nach oben wieder hin, wie wir hier auch sehen können natürlich. Und wir gehen in Richtung überkauften Markt. Mal sehen, es ist alles eigentlich ein positives Zeichen, dass wir nach oben hingehen, aber ich vertraue dem immer nicht so ganz, wenn das alles so positiv und so heile Welt ist. Bin ich immer so ein bisschen skeptisch, was das angeht. Wenn wir uns nochmal XLM angucken und schauen, was für eine Bewegung XLM macht, da möchte ich euch jetzt auch mal auf eine interessante Sache hinweisen. Wir haben ja unsere Patents hier erkannt gehabt. Das muss ich euch nicht erklären, das habe ich in den letzten Videos erkannt. Und laut diesem Pattern hätten wir so einen Anstieg hier erwartet. Was ist passiert? Wir sind auf einem guten Weg nach oben, haben hier bei dieser historischen Preisgrenze von 65 Cent unsere starke Resistance gefunden, ein bisschen drunter gegangen. Wir können aber auf jeden Fall erwarten, dass wir so einen Anstieg hier nach oben nochmal sehen, bevor wir eine Korrektur haben. Das MACD weist eher darauf hin, dass wir eventuell jetzt schon eine Korrektur sehen werden. Wir sind von einem überkauften Markt ein bisschen runter. Allerdings möchte ich euch auf eine Sache hinweisen, weil ich ja oft sage, Stella und XRP sind Geschwister oder Stella oder XLM ist der kleine Bruder von XRP. Das Grüne ist jetzt das XRP-Preisschaden. Jetzt schaut euch das mal an. XRP geht hoch, Stella geht hoch. XRP sackt ab, Stella sackt ab. XRP geht hoch, Stella geht hoch. Jetzt überlappen sich sogar die Verläufe. Guckt euch das mal an. Die gehen exakt gleich hoch, gleich runter. Hier auch wieder zur selben Zeit hoch. XRP macht eine kleine Bewegung nach unten. Stella macht eine kleine Bewegung nach unten. Das heißt, wenn ihr sehen wollt, was Stella eventuell machen wird für einen Move, guckt euch XRP an. Stella folgt dem meistens. Aber interessant hier zu sehen. Wie gesagt, das sieht mir irgendwie alles eher danach aus, als ob wir eine Korrektur sehen werden, bevor wir hier zu diesem Preisniveau gehen von einem Dollar und den All-Time-High damit überschreiten würden. Ich gucke mal, was die Makrosicht sagt. Ja, was interessant ist, wir würden auch hier exakt dann an den Fibonacci Retracement drankommen, wenn wir diesen Pattern hier folgen würden und wären da ungefähr bei einem Dollar auch. Aber erstmal müssten wir durch die Fibonacci Retracement von 1,618 durch und da sind wir noch nicht mal in der Nähe. Interessant. Bleibt abzuwarten, was der Markt macht. Wir bringen euch später noch interessante News. Ihr habt ja überall gehört, Coinbase geht IPO. Die Aktienpreise wurden schon mal bewertet ungefähr. Was das für den Kryptomarkt bedeutet und eventuell, ob das gut für Kryptos oder schlecht für Kryptos ist und eventuell auch für einen Preisnachlass sorgen könnte im Kryptomarkt und warum das so ist. Darauf gehen wir heute Abend ein bei dem Video. Bleibt gespannt, Leute. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Crypto Heroes out.